hallo und willkommen zusammen zurück auf meinem kanal bei grounded und wir wollten eigentlich auch noch analysieren das hat ja beim letzten mal nicht geklappt die spinne war mir im weg mit der würde ich mich nicht mehr anlegen und wir sollen ein offenes zelt bauen zum draußen übernachten die explosionen sollen wir natürlich auch noch analysieren bzw untersuchen bedeutet wir werden uns jetzt als allererstes mal um die spinne kümmern weil ich glaube nicht dass ich da draußen schlafen möchte wenn sie zwei wenn die spinne noch draußen rumläuft ich hoffe die ist noch da denn der marcel hatte mir in den kommentaren geschrieben blocken wäre sehr wichtig und jemand weiß dass sie aus das doch ja marienkäfer da oben steht doch schlafen marienkäfer schlafen die wirklich ok aber momentan sehe ich die spinne nicht wo ist die leider kurz nachdem ich aufgehört hatte ausgegangen und dementsprechend brauchen wir jetzt eine neue fackel zumindest immer wieder was prima dann ausschau halten nach der fackel nach der spinne nicht nach der fackel die haben wir hier in der hand so einmal kurz gucken aber der marienkäfer bewegt sich gut na egal jetzt nicht so ja wie ich die letzten mal schon erwähnt hatte ich möchte das ganze jahr auf 15 bis 20 minuten begrenzen übrigens an marcel erstmal schönen dank natürlich für die kommentare und oder für das kommentar ist ja eigentlich ein kompletter gewesen genau ist mir nur nicht eingefallen beim letzten mal entschuldige so analysieren ist das jetzt wichtig wir können nur drei dann würde ich vorschlagen ja wir nehmen den okay aber so werkzeug schön mit spacers funktioniert nicht diesmal ausgestopfte melbe ausgestopfte melbe ok ok jetzt geht es wichtiger glaube dass ja den lagerplattenlager da wir momentan noch nicht am bauen sind ist das glaube ich nicht so relevant okay das geht natürlich nicht dann raus hier was kann man jetzt ein neues bauen ach ja hatten wir gerade gelesen aber ich glaube da ist doch was dazu gekommen oder bestimmt noch was dazu gekommen und oh ja stimmt da war ja was wir kümmern uns als erstes natürlich dann jetzt so um das trinken und essen wäre vielleicht auch ne essen hat er noch genug gut da oben kommen wir da auch dran ich habe das einfach mal um das funktioniert komme ich irgendwo anders noch dran da und vielleicht hatten wir mit dem umhaken ich glaube das interessiert mich das will ich mal ausprobieren hier und das was ist der tropfen da schnell schluchzt weg ist er sehr schön okay aber ich habe gesehen meine ich trinkflasche kommen auch herstellen maden haut ja dafür sollten wir erst mal eine made finden und grobe sei brauchen natürlich auch wieder moment kann man welches herstellen ja jetzt nicht mehr okay nehmen wir doch mal ein bisschen was mit und so wie es aussieht die spinne habe ich jetzt hier nicht mehr gesehen oder zumindest ist mir nicht auch gefallen ich mal hoffen die bleibt weg denn beim letzten mal ich hatte keine lust darauf dass ich noch auf die kürze möglicherweise mit dem peter sterbe das wäre kein schönes ende gewesen so herstellen grobes sei so gut das haben wir erst mal das kann man natürlich noch nichts kieselsperr brauchen wir nicht haben wir noch nö ich denke mal dafür braucht man einen bogen den haben wir auch nicht nicht so dramatisch mit dem pelz ja habe ich jetzt gesagt mein pelz maden haut aber wie gesagt sie müssen wir erst finden und das bauen wir nicht weil geht gar nicht moment jetzt das hier offenes zelt werkbank die brauchen wir doch bestimmt um ein lager zu bauen wegmarkierung pflanzenleuchte saftleuchte rostlingszaun ausgestoffte milbe braucht man das ok das sind einfach nur unsere rohstoffe ok raus hier so wie war das auch gleich baue ein offenes zelt ok der platz hier sieht gar nicht schlecht aus machen wir das doch oder ja mal gucken wie war das moment halt offenes zelt kleeblatt fehlt schade das heißt wir müssen ein kleeblatt umhacken wir hätten ja gesehen die müssen wir umhacken dafür muss ich drüben naja schön weiter erstmal kleeblatt wieder finden würde ich nämlich auch mit wo waren die kleeblätter ich meine hier irgendwo moment ne an der mysteriösen maschine oder ja und wollte ich ja einige gesehen und ich meine das war bei der mysteriösen maschine das sieht doch schon ganz nach kleeblatt aus hier ja nehmen wir und gleich noch eins umhacken schick alles einsammeln naja gut ok dann machen wir unser offenes zelt hier und ne ja das erscheint mir irgendwie geschickter hier so gut offenes zelt ja wir können es bauen konstruieren was ist das für ein geräusch super fackel aus na klasse so woran sehe ich jetzt dass ich das bauen kann ich will es einfach mal oder jo nö doch gut jetzt brauchen wir noch einen hammer scheinbar hä wie ist das gemeint hm achso ja dann so moment ach ich brauche ja noch zwei ah ja leider da es x los und es wird schon hell klasse ich habe gar nicht gesehen dass ich da noch mehr kleeblätter brauche und ne den nicht so aufnehmen ausreichend sollten wir jetzt ja haben also ausreichend kleeblätter aber ah einer geht noch guck mal her los nicht abhauen von hier man ich hatte ja drei umgehauen das müssten ja eigentlich pro kleeblatt drei gewesen sein aber hatte ich jetzt auch neun dabei vorhin na egal auf geht's so können wir schon mal den hammer wechseln also auf den hammer ok nein doch so und jetzt halt doch mal was benutzen eh ok ja und das machen wir auch oder jo sehr schön also wir sind schon mal ausgeschlafen jetzt haben wir aber langsam wieder hunger was ist das achso unser zelt ja gut und ein faserverband sollen wir jetzt ja herstellen na dann machen wir das ist ja nicht ui saft brauchen wir ne dann untersuchen wir die explosionsstelle an der eiche so allerdings wo da ist der baseball wo ist jetzt die ah ja ich glaube das ist die eiche hier und da sind wir dann sind wir ja gar nicht so weit weg auf geht's los pt lauf 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 tut der uns was ne ich glaube nicht ne nein ich lauf trotzdem rum nö das hier kann ich das aufnehmen nein und sind wir denn hier richtig ok karte mit nein bin geblieben nein uff jo ich bin irgendwie auf n gekommen statt auf m da bin ich falsch ok die richtung so lauf lauf was moment was ist das hier kräftiges unkraut hm nehmen wir mal schnell mit achso ein hartwerkzeug wäre nicht schlecht ja mit dem hammer klappt das nicht was ok war da eigentlich dann nicht und nochmal auf die karte schauen ja nicht ganz so schlecht wie eben ok laufen wir mal in die richtung und das hat doch doch egal so eine große eichen muss doch da ist er da das tatsächliche hot dog ja wenn wir zwischendurch saft sehen sollten wir den vielleicht auch mitnehmen brauchen wir ja immerhin für den verband und richtig sieht ganz gut aus so dann wir haben wir ja haben wir ja das das trinken da sollte ich mich dringend kümmern untersuche die explosion wo genau soll die gewesen sein am anfang oder mittendrin ok aber jetzt nicht nein war doch direkt am baum oder nicht so moment und was gab was sagt er uns richtig nicht trinken müssen wo finde ich jetzt auch die schnelle was das dampft ja könnte aber die stelle sein oder doch das ist die stelle würde ich mal behaupten und wir untersuchen welcher was okay was heißt jetzt zweitrangig gut das bedeutet wohl ich muss da rein das labor weiter untersuchen wir brauchen erst was zu trinken ist viel wichtiger viel viel wichtiger nämlich trotzdem noch mit der kamera hallo hier sind wir okay die zeit läuft mir davon wir müssen trinken ich habe nicht mehr viel zeit also fürs trinken finde ich jetzt was zu trinken gräser gräser sind da schnell lauf 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 oh komm hoch da hopp 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 so wo ist wo ist der tau wo bleibt der tau scheint hier zu viel sonne drauf dass wir kein tau haben oh nein oh nein oh nein krieg ich jetzt tau her oder was nein oh nicht ja da müssen wir später wiederkommen glaube ich ja hier ist aber auch nichts weiter Mal schauen, vielleicht hier. Hm. Ah, da! Mal gucken, komm ich da ran? Und... Okay, umhacken. Komm, komm, komm. Da ist es. Yes, yes, yes. Und da haben wir noch einen. So. Okay. Uff! Gut. Doch, schnell noch Inventar. Was zu essen haben wir. Und verbrauchen. Uh, auch noch geschafft. Yes. Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe es hat euch gefallen. Nehmt doch noch ein Abo mit. Und kommentiert. Und bewertet. Und kommt wieder beim nächsten Mal. Es wird bestimmt wieder spannend. Also, bis demnächst. Ciao.